Arschloch, halt zum Aul. Ich teile sogar meine Punkte mit dir. Naja. Oh, Frosty, der Snowman-Level. Joshi ist Level. Mamma mia. Ja, auch nach der Seite geschubst werden. Achter. Jetzt kommt, jetzt kriegt er gleich blau, blitz, 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 blitz. Hm, Spinner. Einmal. Alter, ihr Cheater, ne? Was denn? Die beiden Cheater hier. Here we go. So. Tschüss. Man konnte ja auch alle auf einmal ablegen, das ist total blöd gewesen. Was? Die 10er-Bananen oder 8er-Bananen, was das sind. Also nicht. Ja, nach hinten drücken. Ja. Wenn du nur normal drückst, dann kannst du ja noch. Danke. Ich bin direkt da durchgefahren, wo du durchgefahren bist. So nett. Ich hasse diese Schechneemänner, ne? Ja. 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 Vor allem, Yoshi fliegt noch hoch. Rosa fährt einfach gegen ihn gegen und kippt ihn hoch. Ja. Weil Rosa den Speed drauf hatte. Gar nicht. Der hat einen Swaggy Speed drauf. 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 Das ist einfach nur, wer so fett ist. Super fett. Ja. Ja. Super fett. Das. Ey. Schon wieder nix bekommen. Ich hasse das, ne? Meine Pilzfreunde. Komm rein. Zwei. Verpiss dich. Mario, ich komme. Hi. Und auf der. Aber schlimm ist, man kann die einholen. Aber andersrum, da holen die dich so von der Weiten entfernen immer noch einen. Ja. Außer Mario. Der bleibt hinten. Noch. Ja. Kommt gleich irgendwas. Irgendwas von vorne. Ja. Bye. Nein, nicht eben meine eigene Bananen. War das dein Ernst eben? Tschüss Mario. Boah ey, dieses Kacklevel, ne? Ah, ich weiß. Vor allem, weil das auch so scheiße Rutschi hier ist. Meinst du, mir schmeckt das Level hier? Ja, klar. Nee. Da... Da grab da ein Pil... Warum guckst du bei mir eigentlich? Weil ich das sehe. Du musst aber nicht gucken. Hallo? Bei dir auch. Arsch. Warum ist Peach dann jetzt nicht klein geworden? Wahrscheinlich, weil sie gerade irgendwo reingefrogen ist oder so. War wohl nix, ne? Ich hätte weiter driften müssen. Ich hätte weiter driften müssen. Jetzt kommt der wieder. Ich hätte weiter driften müssen. Ja, ich weiß. Ehrlich jetzt. Verdammte Scheiße. Ich finde das aber gar, wenn die Musik schneller wird. Ja. Bisschen spannender. Der fällt doch mal rein. Squishy-Markt. Squishy-Markt? Shibashi-Markt? Shibashi-Markt? Oh, jetzt bin ich fünfter, ey. Jetzt krieg ich noch nicht mal einen Punkt. Oh no. Lol. Da kam eine Banane angeflogen. Ich glaub, das hast Wind bekommen, ne? Nein, ich hab irgendwas gewischt gehört. Nein! Mario hat mich überholt. Der hässliche Affe. Ja. Die hässlichen Fein Pisser. Hi. Klar. Tschüss, Yoshi. Sagt nicht, dass ich schon wieder appearter werd. Nur weil ich hier in die Scheiße reingefahren bin oder was? Hi Mario. Lol. Oh. Hallo. Du Cheater! Nein. Nein. Du bist mit unter. Rauschen darf ich dasselbe noch mal machen. Ja. Weißt du, ne? Ja. Nein! Ja, ich weiß. Oh nein. Tolle Scheiße. Ah, Scheiße. Aber das hab ich dann mein Teil gehasst. Dass man dasselbe noch mal machen musste dann. Kacke. Das hab ich gehasst. Nur weil du mich rausgeschmissen hast. Ja, ich bin zu weit gerutscht eben. Ja, das hast du extra gemacht. Hä? Ja. Das hast du doch extra gemacht. Ich hab das extra gemacht. Ah, okay. Ja. Ich hab den... Dein Blitz gerochen. Das war kein Blitz. Oh, dein Blitz vom Fahren her. Mensch. Oh, Scheiße. No, schub erstmal alle. Ja. Bye. Jungs, mach mal bitte Platz hier. Das war so gut eben. Ja. Das hast du jetzt extra gemacht. Wieso kann ich da nichts für? Ja, dann kriegst du die Bestrafung. Oh. Eine Banane. Und rumschreit der Yippie. Wie geht's los? War der Pipi oder was? Ja. Hast du deinen eigenen Bruder zerstört? Hä, was hab ich gemacht? Gar nichts. So haben wir nicht gewettet. Nee, wie so nicht. Fuck. Darum. Ich fände so eh gleich da irgendwie. Und auch nicht. Hä? Ach so, ich wollte schon sagen, wann hast du mich denn geholt? Da war das ja noch gar nichts. Cheater. Cheater. Nee. Doch. Wenn du da überüberfährst, bist du ein Cheater. Dafür hab ich kein Item bekommen. Echt? Was haben wir denn? Nichts. Du scheiße. Ehrlich? Nein! Ich glaube, wir sind da. Oh oh. Ich glaube, wir sind da. aus der liebe jetzt pilz ein krönig ist pisse joshino war nicht dafür werden denn sonst für mich ich dachte wir sind freunde ohne ich im spiel nicht nein ich hab dir vorhin eingesetzt ich habe den vollen jemand anders bekommen das richtig mies das ding was da können sie die gleich blitz geben ja du bastard wario fick dich dass du dich ja war ist klar ihr fress und du hässiger pisse kam dann mich auch noch ja und denn 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 ernst und gekommen warum habe ich eben noch mal getroffen was sollen der scheiß weiß ich doch nicht die weg in sparsager ein schwarz sagen ja bist du so jungs kann irgendeiner von euch fressen geht mir total auf die pille hat der ein stern hat der ein stern und wieder meinst du hat der ein stern du bist ein star zentos ne 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 lecker schmecker beherrsch dich doch mal ich dich auch nicht beherrschen kann und tschüss warum fährt er da rein der ist dort dran vorbei ich hasse sowas ne jetzt muss ich ganz nach gucken ob hier nicht so ein ding ist ne bitte liegt nix in der kurve bitte liegt nix in der kurve und nach hinten das miss ding ja klar oh sagt sie noch getroffen denn 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 es müsste nix verkommen und oh mein gott ja was soll der scheiß denn jetzt das war ein ganz normaler berg wo ich eigentlich langfahren hätte können aber nö du peach bitte du mir den gefallen peach bitte peach heiz maulflash willst du centos auch auf den ersten sehen musst du die tabelle drehen schick dich du arsch vor allem wir hätten da und langfahren können aber nur ja ne aber irgendwie war das ja durch den übergang von der dass du so den bergkante getroffen hast nein hab ich eigentlich nicht als maul jetzt komm kannst du ja zurückspulen und in slow mo ich mach da keine slow mo schnur arsch ne das ist auch zu auf ich weiß du oh guck mal da sieht man wenn ich nochmal so einen pilz reinraben ach so einen schneemann reinraben du bist behindert und willkommen auf der endcard von mario kart 64 wenn ihr links auf den luigi kommt ihr zu centos rechts kommt ihr auf meinen kanal und in der mitte auf den kleinen bildschirm kommt ihr zum ersten video von mario kart 64 lasst eine bewertung da vergisst nicht zu liken oder zu abonnieren wenn das so gefallen hat bis dahin bis zur nächsten folge und tschüss bis zu listeners bis zum nächsten mal